Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. So, die Schlogger hat auf den Knopf gedrückt, ich habe auf den Knopf gedrückt. Wir sind live. Grüß dich, Joschi. Zurück aus Erlangen. Wie geht's dir? Grüß dich, Max. Mir geht's super. Ich komme nicht nur frisch aus Erlangen vom Comicsalon, sondern ich komme auch frisch aus dem Kino und kann mit dir über diesen Film sprechen, solange mein Gedächtnis noch Informationen dazu erhält. Ich habe gehört, du bist ins Jahr 1991 zurückgereist. Geht zu deiner Familie nach Polen, um deine Geschichte aufzuarbeiten. Gemeinsam mit Stephen Fry und Lena Dunham, die Millennials wie wir aus dieser völlig überhypten Serie Girls, die ich nie gesehen habe. Boah, da werden wir schon. Meine Wertung abgeben. Nee, keine Ahnung. Ich habe Girls nie gesehen. Ich glaube, vielleicht ist die sogar ganz toll. Ich weiß bloß, dass das damals die ganze Zeit rauf und runter geschrieben wurde, dass man diese Serie unbedingt angucken muss und so weiter. Ja, und ich meine, ich komme aus einfachen Verhältnissen. Ich hatte ja damals nichts. Kein Fernseher, kein... Keine Mädchen. ...Internet. Keine Mädchen. Ich hatte nichts. Ich habe keine Ahnung. Meine besten Freunde waren Strokk-Brokkoli und keine Ahnung. Ein Stück Holz. Ja, du hast den Film geguckt. Der heißt Treasure. Der ist von Julia von Heinz. Die ist Deutsche und schickt einen Engländer und eine New Yorkerin nach Warschau. Was ist dabei rausgekommen? Was ist dabei rausgekommen? Genau, du hast schon angedeutet, dass es sich um eine Familienreise handelt. Und das ist auch so. Also Lena Dunham spielt die Protagonistin. Und das basiert übrigens alles auf einer wahren Geschichte, die gerne die Wurzeln ihrer Eltern ergründen möchte. Und diese Wurzeln liegen eben in Polen. Und dadurch, dass es 1991 spielt, ist es auch durchaus logisch, dass ihre Eltern den Zweiten Weltkrieg noch mitbekommen haben. Also vom Alter her logisch. Ihr Vater wird dann sagen, dass er mitreisen möchte und geht mit ihr eben nach Polen. Er hat nicht nur gelebt während des Zweiten Weltkriegs, sondern er war auch Jude und ist ein Überlebender des Holocausts. Die Mutter genauso. Die Mutter ist aber zum Moment des Films, die ist schon bereits verstorben, also an natürlichen Gründen. Es reisen also diese zwei Mutter, nicht Mutter, sondern Tochter und Vater nach Warschau, um so ein bisschen, dass sie sich, möchte sich dann von ihm zeigen lassen, wo hat er denn vorher gewohnt. In Lodge nämlich, wie sieht die Wohnung heute aus? Die wurde ihm ja weggenommen, die wurden 1940 aus der Wohnung geschmissen. Und dann will sie eben unbedingt diese Wohnung nochmal angucken. Und sie möchte auch nach Auschwitz ins Lager und sich da eben einfach angucken, wo kommt ihre Familie so her, so wie es Amerikaner ja auch gerne machen. Nicht nur Amerikaner machen das gerne, das machen sich ja auch, würden Europäer gerne machen. Aber bei denen ist es ja besonders interessant, wo sind meine Wurzeln? Weil Amerika so ein Melting Pot ist. Ich schweife ab. Jedenfalls geht es in diesem Film nicht nur um den Zweiten Weltkrieg und die Geschichte des Vaters, sondern vor allem auch um die Beziehung dieser zwei Menschen, die sich bis dato gegenseitig nicht wirklich geöffnet haben. Und die beiden, die werden gespielt von eben genannter Lena Dunham und Stephen Fry, die, glaube ich, wahrscheinlich das erste Mal miteinander vor der Kamera standen und ich muss sagen, die ich als sehr interessante Paarung empfinde. Wo, du sagst interessante Paarung, du hast ja schon gesagt, Lena Dunham, die kennt man aus Girls, das ist jetzt auch schon, keine Ahnung, mehrere 15 Jahre her, ich weiß es nicht. Ja, sicher, ja. Und woher kennst du denn Stephen Fry? Womit hast du denn so verbunden in deinem Kopf? Also Stephen Fry, tatsächlich, ich glaube, ich habe mehr von Stephen Fry gelesen, als ich von ihm bisher gesehen habe. Ich kenne, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, auf jeden Fall eines der ersten Bücher, die ich von ihm gelesen habe, das waren diese, der Sterne Tennisbälle, hieß es? Hös? Stars Tennis Boys. Ja, ist, Gott, wie heißt denn der? Der Graf von Monte Cristo auf ein bisschen modern und das war relativ, ja, amüsant. Ja, ich habe dann einige Bücher von ihm gelesen, Lügner, Nilpferd, weil auch mein damaliger Stiefvater sehr viel Stephen Fry in seinem Regal hatte und ich ja die Zeit irgendwie verbringen musste. Stephen Fry ist ja tatsächlich irgendwie so ein tausend, sagst du, der verfolgt mich irgendwie seit meiner Jugend immer wieder irgendwie, springt er wieder hoch. Ich kenne den auch nur, der ist ja immer so ein, der taucht in tausend Filmen auf, immer so als kleine Nebenrolle. Ich glaube, ich habe den am präsentesten tatsächlich in Der Hobbit, dass er diesen, in dieser See-Stadt spielt er da, irgendeinen Master oder so, da habe ich ihn, glaube ich, noch. Ist der nicht der Bürgermeister von dieser Stadt, die dann am Ende zerbompt wird? Ja, das kann sein, genau, dass er der Bürgermeister ist. Von dem Brachen oder so. Oder er spielt auch in Sex Education, ist er bestimmt auch mal, mir aufgefallen. In Spice World, der Film spielt er. In Sandman, Spice World ist natürlich das wichtigste, Hardstopper, genau, alles so Sachen, die man so gesehen hat, wo man drüber gelaufen ist. Und Lena Dunham mit Girls, die habe ich als recht emanzipierte Person, mit einem klaren Rückgrat irgendwie. Die ist aber auch mehr Autorin dann geworden, ne? Ja, also mir scheint, du bist heute mehr auf dem Buch. Okay, du hast aber gefragt, wie die zwei zusammen funktionieren. Also ich habe Stephen Fry tatsächlich gar nicht erkannt. Der spricht Polnisch in dem Film. Wie gut es Polnisch ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber er spricht mindestens die Hälfte Polnisch und die andere Hälfte Englisch mit einem polnischen Akzent. Und er spielt, also ich meinte ja, dass die zwei sich nicht wirklich geöffnet haben, aber das heißt nicht, dass er nicht liebevoll seiner Tochter gegenüber ist. Also er ist irgendwie schon sehr liebevoll. Er spielt so einen Typ, der sich nicht so viel um alles schert. Der hält sich nicht an Absprachen. Also der Film geht schon. So ein kleiner Schluffi oder wie? Ja, aber der hat schon sein Ding. Also der kriegt schon Sachen geregelt, aber eben auf seine Art. Und sie reisen eben zusammen nach Polen. Sie wollte eigentlich auch alleine hin. Er drängt sich dann so auf. Und der Film fängt an, wie sie am Warschauer Flughafen auf ihn wartet, weil er am New Yorker Flughafen, wo sie losgeflogen sind, eben einfach den Flug verplant hat, weil er noch irgendwo ein Buch kaufen musste. Und sie ist aber im Flugzeug schon gesessen und man sieht schon, wie sie dann halt schon total angepisst auf ihn ist, dass er, das gab ja auch noch keine Handys, dass sie jetzt auf ihn warten musste und er einfach, weil er so rumgeschlurriert hat, da diesen Flug verpasst hat. Und so geht der Film los. Das wird uns aber nicht direkt erklärt, sondern wir sehen nur, wie sie da steht, wie sie ihn dann wütend in Empfang nimmt und dann wird das alles so langsam aufgeblättert. Und dann, sie hat halt die ganze Reise schon durchgeplant und hat halt gesagt, ja hier, wir fahren mit dem Zug. Und er, das erste, was er macht, ist, dass er dann am Flughafen direkt mit einem polnischen Taxifahrer anwandelt und den für die ganze Reise quasi bucht, dass er sie hin und her fährt. Und so ist es so ein ganz, die Dynamik zwischen den beiden so ein bisschen. Sie hat alles durchgeplant, ist sehr neurotisch, sie ist relativ aufgedunzen, würde ich jetzt mal sagen und sie möchte das gerne ein bisschen gegensteuern. Sie macht auch Sport, sie hat ihr eigenes Müsli, was aus Körnern und Samen besteht dabei, isst aber dann heimlich Schokolade. Also man merkt, die ist sich gerade irgendwie auch nicht so wohl in ihrem Körper, ist von ihrem Ex-Mann getrennt, den er dauernd anspricht und sagt, ich bin ja noch mit Gas. Oh Gott, wie viel ist denn da noch drin in dem Film? Ja, diese Beziehung ist eine ganz schwere Beziehung und die, die zwei haben, aber die sich dann eben so ein bisschen annähert, weil immer wenn sie fragt, sie will halt seine Wurzeln, ihre Wurzeln und seine auch kennenlernen und sagt immer, nee, da ist nichts, da war nichts, nee, kann ich nichts dazu sagen. Und das öffnet sich dann eben durch die Zeit. Ich wollte irgendwas noch sagen mit, genau, und zwar, dass er, dass sie diese Reise mit dem Zug geplant hat zum Beispiel, da wird tatsächlich später dann noch drauf bezogen und zwar wird ihr dann klar langsam und sie entschuldet sich dann auch bei ihm, dass er nicht Zug fahren wollte, weil er eben, weil es ihn an die Transporte zur Konzentrationslage erinnert hat. Aber das sagt er ihr halt nicht. Er sagt einfach nur, nö, ich hab keinen Bock auf Zug, komm, wir fahren Taxi, Taxi ist doch viel geiler und als sie dann später… Ja, aber so sind Männer. Ja, aber er ist so ein typischer Mann, dass er dann, als sie das dann anspricht und sich entschuldigt bei ihm, dann sagt er auch, nee, nee, ich wollte einfach nur Mercedes fahren. Also er skippt das dann auch nicht zu. Also so ist die Beziehung zwischen den beiden. Aber ich gehe mal davon aus, ohne da jetzt zu spoilern, am Ende bricht seine Schale auf und er weint in ihren Armen oder ein Pondant dazu. Ja. Zumindest der Trailer, den du hundertprozentig nicht gesehen hast, weil ich kenn dich, du erwähnst es ja zum Glück nicht oft genug, dass du nie Trailer schaust. Jetzt hast du's erwähnt. Ja, siehst du, deswegen bring ich da mal ein bisschen Pfeffer rein. Der Trailer, der ist schon, also die erste Hälfte okay, aber ab der zweiten Hälfte kommt dann auch die Tränendrüsenmusik aus der Tränendrüsenabteilung und dann geht's ins emotional Eingemachte. Jetzt sind bei solchen Wurzelfilmen oder Wurzelsuchungsfilmen, finde ich, ist sehr oft das Problem, dass sie vielleicht doch ein bisschen zu sentimental werden. Ich weiß nicht, wie du so auf der Sentimentalitätsskala so verordnet bist, ab wann es für dich zu schmierig und schleimig wird. Ist der, also hat Treasure irgendwann mal so den Punkt erreicht, wo du sagst, ja, jetzt wird's mir ein bisschen zu viel oder ist es immer so, dass du sagst, kann ich relaten? Also ich fand ihn relativ menschlich. Das ist ja auch jetzt ein Adjektiv, was ich gerne benutze, wobei man schon ein bisschen diesen amerikanisierten Effekt spürt. Also du spürst schon, worauf es hinausläuft. Aber dadurch, dass Lena Dunham auch irgendwie unsympathisch ist, die nervt dich auch irgendwie. Der Vater nervt dich auch, obwohl er es eigentlich nicht böse meint und er einfach nicht drüber reden will. Und sie ist halt so schnell angepisst und zickig auch. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie ich reagieren würde in dieser Situation, dass das ein bisschen von der Sentimentalität dann rausnimmt. Dass du eben zwei Figuren hast, die nicht überzogen unsympathisch sind, sondern einfach graue Menschen sind, also nicht schwarz-weiß dargestellt sind. Von daher war das schon okay. Nee, also beim Ende, als es sich dann zuspitzt, da war ich dann schon auch gerührt, tatsächlich. Sag mal, also diese Reise, bloß, dass ich es richtig verstehe, die ist auf ihrem Mist gewachsen. Und er ist nur mit dabei. Oder haben die das miteinander so geplant? Nee. Er ist wie der Reiseführer für Sie. Nee, auch nicht. Also eigentlich gucke ich mir die Trailer ja vor der Besprechung an, damit ich zumindest sagen kann, über was ich reden darf, weil es der Trailer ja sowieso zeigt, habe ich jetzt vergessen. Ich rede über alles. Du redest über alles. Okay, also sie hat die Reise alleine geplant. Sie ist sowieso sehr interessiert ins Dritte Reich. Sie hat ganz viele Bücher dabei, auch generell über die Juden, weil sie das halt interessiert. Sie weiß ja, dass ihre Eltern daherkommen und dass sie jüdische Abstammung ist. Und sie will unbedingt diese Reise machen, sagt ihrem Papa auch immer, du, du hättest nicht mitkommen müssen. Aber er sagt, er freut sich total, das ist doch eine Tochter-Vater-Reise. Und da stellt sich dann auch raus, dass er eben sie begleitet hat, weil er eben gehört hat, dass ganz viele Leute, die nachdem sie vertrieben wurden, wieder in ihr Haus zurück wollten, dann umgebracht wurden. Also er kommt tatsächlich mit, was er ja aber nicht sagt, sondern es schält sich erst so langsam raus, weil er Angst hatte, dass ihr da was passiert. Ich wusste zum Beispiel vorher auch nicht, bevor ich den Wikipedia-Artikel geöffnet habe, sagt, dass der von Julia von Heinz inszeniert wurde, der Film. Und die ist ja Deutsche. Und jetzt haben ja Deutsche mit jüdischen Polen, sagen wir mal, eine gewisse Vergangenheit, die nicht unbedingt positiv für Deutschland endet. Spielt Deutschland und, also welche Rolle spielt Deutschland in dem Film? Also nur insofern, dass sie eben in einem Mercedes sitzen und sie fragt dann eben, ich dachte, du magst keinen Mercedes oder du magst keine. Sie reden dann im Auto über deutsche Ingenieurskunst und dann fragt sie, hä, ich dachte, du magst deutsche Ingenieurskunst nicht. Sie sagt, doch, die mag ich, ich mag nur die Deutschen nicht. Das ist eine Anspielung. Und die andere ist, dass sie, nachdem sie wieder ein Disput mit ihrem Papa hatte, in einen Aufzug steigt, in dem sich Deutsche unterhalten und sehr laut lachen. Und sie ist total angepisst, weil sie natürlich auch kein Wort versteht und sie dann einfach nur laut anfängt zu schreien, what's so goddamn funny oder fucking funny, was auch immer. Und da versteht man, selbst obwohl ich den Dialog verstanden habe, und der ist auch wirklich nicht lustig, es geht um irgendeinen, der aus Witz, ohne nachzudenken, in einen Raum einen Hitlergruß macht. Also es ist nicht witzig und hat Deutschland wieder... Da haben wir es schon wieder, weißt du, ja, also nicht, aber sogar in so einer kleinen Ding, ich frage mich nämlich oft, ob halt die, ja, wie halt einfach mit dieser Vergangenheit dann auch umgegangen ist, wie im Film dann gezeigt wird. Ja, also ich hätte es besser gefunden, wenn in diesem Aufzug einfach ein ganz normaler Witz ohne Reichsbezug gewesen wäre und dann wäre ich auch schon angepisst gewesen, weil du bist irgendwie angespannt, weil du hast so ein Hassbild auf die Deutschen, weil du eben gerade damit konfrontiert bist, was die alles gemacht haben. Und dann, natürlich wird man dann sauer auf deutsche, die im Aufzug lachen. Oder das heißt natürlich, ich kann es nachvollziehen, so rum. Und sonst gibt es kein Deutschland. Das ist ja auch, wir laufen ja, wir laufen ja jetzt auch nicht rum und machen den ganzen Tag Hitlergruß Witze oder so. Nee, aber ich kann... Dass man da keine Ahnung und falsches Bild gibt. Genau, aber ich kann ja schon verstehen, dass Leute, die eben wissen, was damals mit ihren Verwandten gemacht wurden, dass die sich erstmal den Deutschen annähern müssen und alles, was mit Deutschland zu tun hat. Ja, ich finde es eh witzig, dass das hier so eine internationale Produktion ist. Ja, ist auch lustig, er hat das mit einem Briten und einer New Yorker, wie du schon gesagt hast. Finde ich auch interessant. Vielleicht wollten die das machen. Die haben das Buch gelesen, auf dem es basiert vielleicht. Keine Ahnung. Ja, ja. Also, das heißt Too Many Men oder so. Ja, das ist jetzt eine andere Frage. Too Many Men, wo sind hier zu viele Männer in der Geschichte? Das habe ich mich dann auch gefragt. Treasure, Treasure. Also, ich meine, im Trailer wird so ein bisschen, ich weiß nicht, du kannst jetzt kurz nicken oder zweimal blinzeln für Ja und einmal für Nein. In dem Trailer wird so ganz kurz, die kommen in so ein Haus, in die alte Wohnung rein und dann geht es da um so ein Teeservice. Ja. Ist das der Treasure? Äh, nein. Also, sie kommen in diese Wohnung rein und die Tochter fragt sich dann halt, natürlich findet sie es toll, die Wohnung zu sehen und fragt sich dann halt, sind hier noch persönliche Gegenstände von der Familie ihres Vaters? Und dann sagen die Leute, die da drin wohnen, nee, als wir hier reinkamen, war die Wohnung leer. Und das Erste, was der Vater entdeckt, ist, als er ein Tuch hochhebt, dass die Couch, auf der sie sitzen, aber ihre Couch ist. Und dieses Teeservice erkennt er auch als ihres. Also, dass die nicht ganz die Wahrheit sagen. Und dadurch entsteht auch dann Konfliktsituation. Ja. Aber es gibt noch einen anderen Treasure, der ist ein bisschen wörtlicher zu verstehen. Gehen die dann auf Schatz zu? Dann kommt Indiana Jones. Genau. Dann kommt der auch noch. Der schlägt dann noch ein paar Deutsche, verprügelt noch ein paar Deutsche. Ja. Ja, wobei, das ist ja so ein bisschen auch die gleiche Zeit. Also, nee, Schwan. Das ist 91. Ja, da wäre, wie alt war, wann spielt der letzte Indiana Jones? Der spielt doch in den 70er. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin leider, ich habe nur einen einzigen Indiana Jones in meinem Leben gesehen. Das ist der mit Sean Connery. Die anderen haben mich alle nicht interessiert. Der dritte dann, okay. Ich oute mich jetzt hier, ja, ja, ich oute mich jetzt hier als totaler Kretin, was das angeht. Aber sorry. Ich habe alle gesehen. Alle, alle. In meiner Jugend habe ich, ich weiß es nicht, was heißt Jugend, in meiner Kindheit, Indiana Jones ist ja eher ein Kindheitsbild, ich schweife ab. Was habe ich jetzt zu Treasure noch für Fragen? Weiß nicht, hast du irgendwelche Antworten, Dinge, die du loswerden willst? Wann kommt der Film denn ins Kino, in die deutschen Kinos? Ja, das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Aber du weißt das. Nee, das steht hier nicht. Hier steht gar nichts. Ich bin hier auf einer Wikipedia-Seite. Das ist die erste Wikipedia-Seite, die keine Infos hat, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie lange der Film ist. Da steht einfach nur Loven Y. Da steht einfach Treasure. Ich könnte ja jetzt mal, warte mal, schau mal hier live beim Googeln. Ja, Treasure, Familie ist ein fremdes Land. Das ist der deutsche Untertitel. Kommt ab 12. September ins Kino, also dauert noch ein bisschen. Wird als Tragikomödie-Genre regiert und das finde ich passt auch. Also was man dem Film kritisieren kann, ist vielleicht die etwas unsympathische Lena Dunham und dass du eben diese zwei Riesenthemen hast, seine Vergangenheit und die Beziehung zwischen den beiden, die sich dabei vielleicht manchmal ein bisschen verfransen. Was ich aber toll fand, war, dass manche Sachen nicht so mit der Kamera so draufgesoomt wurden, wie zum Beispiel, als sie ihn vom Flughafen abholt oder dass sie, sie hat so ein kleines Tätowierset. Also sie hat einfach eine Nadel in einem Tintenfass, das sie heiß macht und dann sticht sie sich Zahlen in den Oberschenkel. Aber du siehst nie, was es für Zahlen sind und es wird auch nie erklärt. Und auch dieses, dass sie eben so versucht abzunehmen, wird auch eigentlich nie zum Thema gemacht. Das soll halt einfach nur ihre Persönlichkeit ein bisschen unterstreichen. Und sowas gefällt mir eigentlich ganz gut, dass ein Film ohne, ich drücke dich jetzt mit dem Gesicht rein, einfach die Figuren ein bisschen ausfüllt. Ja, das kriegt von mir auch einen Daumen hoch, Approval. Du wolltest den Film ja eigentlich auch sehen. Warum wolltest du den Film denn sehen? Was hat dich daran interessiert? Warum? Ja. In erster Linie habe ich tatsächlich nur interessiert, dass ich mit dir eine Aufnahme machen kann. Ach so, gut, das haben wir ja so jetzt auch geschafft. Und weil ich zu der Pressevorführung frei gehabt hätte. Also ich meine im Prinzip so 50 Prozent von meinem Plan habe ich geschafft, ja. Aber ansonsten, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe ja vor kurzem, bin ich euch ja in unserer privaten Discord-Gruppe ein bisschen auf den Sack gegangen und weil ich die Zweiflers auf ARD, diese andere jüdische Miniserie von dieser jüdischen Unternehmerfamilie aus Frankfurt gesehen habe, welche vier Folgen gut war und die letzten zwei Folgen ein bisschen nachgelassen hat. Und gut, da kann man vielleicht sagen, vielleicht ist das gerade so ein Thema, in das ich mich versuche, ein bisschen einzulesen. Vergangenheit, Bewältigung, ich meine, es ist ja auch gerade ein bisschen wieder krasserer Nahostkonflikt und so weiter und so fort. Also, ja, das wäre vielleicht so das inhaltliche Interesse gewesen. Aber ich habe mir dann auch die Frage gestellt, ist es eigentlich sinnvoll, wenn du einen Engländer einen polnischen Juden spielen lässt? Das ist für mich so dieser Kenneth Branagh-Effekt in Tenet, wenn der auf einmal einen Russen spielt. Ja, das ist halt, ich kann, kann ich das irgendwie abkaufen? Ja, das weiß ich eben auch nicht. Das war halt auf Englisch, genau, und ich konnte halt nicht einschätzen, inwiefern der da gutes Polnisch und inwiefern sein polnischer Akzent dann irgendwie gut ist. Aber da hätte es auch anders. Ich meine, so rein optisch ist Stephen Fry tatsächlich echt gut besetzt, finde ich, so als das, was du ihm beschrieben hast. Aber meine, gut, Kostüme kann man ja auch kaufen. Kostüme, ja, kann man. Ja, also das ist so ein Film, wenn ich jetzt, soll ich mal zum Fazit springen einfach? Du darfst gern zum Fazit springen? Ich habe dich verschluckt. Du hast dich verschluckt, genau. Damit du dich wieder entschlucken kannst, mache ich hier das Fazit. Also das ist ein Film, der eben diese zwei Filmstränge hat mit der Tochter-Vatersache und eben seiner Vergangenheit, wo man manchmal eben nicht wusste, okay, ist es jetzt das eine, was das andere als Hintergrundgeschichte hat oder das andere, was das jeweils andere als Hintergrundgeschichte hat. Das mag man kritisieren und auch vielleicht teilweise diese unsympathischen Schauspieler. Was ich aber mochte, war, wenn ich mich dann eher nur auf diese Öffnung der beiden und wie die zwei sich näher kommen. Das fand ich ganz schön und wie erwähnt auch dieses, dass die Charaktere mit solchen kleinen Szenen ein bisschen fetter gemacht wurden. Das fand ich auch ganz nett. Das ist jetzt kein Film, ich wüsste gar nicht genau, wem ich den jetzt empfehlen würde, ob ich eben sagen würde, okay, Leute, die sich fürs Dritte Reich interessieren, weil da gibt es ja zuhauf natürlich Material, auch aus Deutschland. Und daher wäre es für mich schwierig zu wissen, wem ich dem jetzt empfehlen sollte. Ich bereue auf keinen Fall, den im Kino gesehen zu haben. Ich finde aber viele Filme ja ganz gut. Der hier ist so Mittelmaß. Und wer denn eh viel guckt und sich dann eben auch diesen Film noch angucken möchte, der wird da auf jeden Fall nicht sagen, okay, ich habe jetzt meine Zeit verschwendet. Aber es ist auch keine klare Empfehlung von mir. Man lernt nicht unbedingt was Neues. Man lernt eher was Neues, was diese zwei Figuren, diese Konstellation dann angeht. Und ob man das jetzt braucht, das kann sich jeder selbst überlegen. Weißt du, was ich habe für eine Empfehlung? Was denn? Den neuen Community-Server auf Discord für den Tele-Stammtisch. Ja, da könnt ihr mit uns schnacken. Ja, also da könnt ihr jetzt dann in knapp drei Monaten Yoshi mal ein bisschen übers Maul fahren. Und so nach dem Motto, was hast du da gesagt? Was? Das ist nicht der Film, den ich gesehen habe. Könnt ihr dann machen. Und zwar unter www.tele-stammtisch.de slash Discord. Das ist praktisch gleichzeitig ein Einladungslink. Und wenn ihr eh schon auf Discord seid, ist es tatsächlich nur ein Knopfdruck weit entfernt, dass ihr da mitmachen könnt. Ansonsten gibt es den Tele-Stammtisch überall, wo es Likes gibt. Und das ganze andere Gesödel, was wir hier haben, Social Media, Blablabla, Podcast, Podcatcher, Spotify. Überall, wo es Such funktioniert. Das sind diese Dinge. Kennst du diese Icons, die so aussehen wie Lupen? Wenn man draufklickt, dann kann man da Tele-Stammtisch eingeben in so eine Einkaufsmaske. Und dann findet man da ab und an mal Dinge. Auch Google ist sehr zu empfehlen, habe ich gehört. Google kann auch einiges, ja. Ja, genau. Ja, da kann man auch nach Tele-Stammtisch googeln und dann findet man das. Und falls ihr euch fragt, warum Max gerade von drei Monaten gesprochen hat hier. Wir sind nämlich in der Vergangenheit, wenn ihr das hört. Wir sind Anfang Juni. Wir haben den Sommer noch vor uns. Das Ding ist, ich habe dich ja, glaube ich, jetzt eingeleitet mit, du kommst frisch aus Erlangen. Ja, das war im Juni. Können wir das irgendwie einreichen, dass du vielleicht Anfang September auch noch mal kurz nach Erlangen fährst. So, einfach bloß mal einmal rein und wieder raus. Ja, das mache ich, damit wir hier sind. Ich will ja hier keine Lügen verbreiten. Ja. Auf jeden Fall. Ansonsten weiß ich, machst du jetzt derzeit immer noch Werbeblog für dich oder ist das? Also ich kann hier auch einen Werbeblog hinten dranhängen. Natürlich einmal für dich. Ja, mach, komm. Wir haben jetzt, wenn hier jemand noch zuhört, herzlichen Dank dafür und dann kennt ihr bestimmt auch schon den Podcast Schocker mit Schlogger, den ich mit Kollege Stu auch vom Tele-Stammtisch mache. In der ich von ihm dazu genötigt werde, na ganz so ist es nicht, ich übertreibe, Horrorfilme zu gucken, denn ich mag Horrorfilme nicht und habe die bis jetzt auch nicht geguckt. Ich gucke die also zuerst zum ersten Mal mit ihm und spreche dann mit ihm drüber, wie das für mich war. Und wenn es gut läuft, gibt es auch eine witzige Live-Reaction-Aufnahme, wenn der Film denn schockerig genug ist. Keine Ahnung, welcher Film das jetzt am 13. September sein wird, denn ihr, also… Ich glaube, da schaut ihr was mit Monstern. Mit Monstern, okay. Also am 13. September Schocker mit Schlogger mit Monstern. Da wird es auf jeden Fall dann eine Folge dazu geben. Immer am 13. um 13.13 Uhr erscheint die neue Folge. Und ansonsten, mein Name ist Schlogger. Ihr findet meine Sachen auf Schlogger.de, im Schlogger-Shop oder auf Social Media unter TheSchlogger. Denn ich zeichne Comics, da könnt ihr gerne einfach mal reingucken. Und der Max, was macht der Max so? Der ist nämlich auch ein Zeichner. Ja, aber der macht keine Werbung für sich. Warum? Ich mache… Da schämt er sich und verhaspelt sich und möchte für seine Kunst nicht gerade stehen, der Max. Du versuchst in letzter Zeit, dass du mich hier ein bisschen so von hinten auf die Bühne irgendwie treibst. Und ich fühle mich da gar nicht wohl. Okay. Dann stehst du kurz drauf, guckst mal, ob du dich doch nicht wohlfühlst. Und wenn das wirklich ganz doof ist… Mit voll geschwitzten Achsen… Und Schweißflecken bis zum Boden. Und trief und machen ganz schlecht. Nee, ich kann ja hier mal öffentlich sagen, Appen, ich werde demnächst mein Stand-up-Comedy-Programm wahrscheinlich endlich online stellen. Geil, okay, cool. Also ihr könnt auf Max Rauschers Stand-up-Comedy-Programm warten. Da freuen wir uns auch alle drauf. Da freuen wir uns alle drauf, ja. Und auch wenn wir dann nochmal die nächste Besprechung machen und wir auch beide den Film gesehen haben und nicht nur ich. Gut, ja, dann große Verabschiedung. Ich winke, niemand sieht's. Bye-bye. Ich zwinke euch zu. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus